Schon seit ich denken kann, hatte ich einen Kampf zwischen Licht und Schatten in mir Anfangs nur leicht, kaum merklich änderte sich mein Charakter, mein Denken Später war die Veränderung so stark in mir, dass ich komplett dem Wahnsinn verfiel Und keine Kontrolle mehr über mich und mein Handeln hatte Die Manie hatte mich eingenommen und der Kampf in mir wurde so heftig, dass ich nicht mehr weiterleben wollte Nach Monaten der Qual schaffte ich es, irgendwie mich herauszukämpfen, ohne ernsthaften Schaden zu nehmen Aber leider kommt nach dem Ohr ein dunkles Tief, das dich lehnt und so einnimmt, dass du dich nur noch schwach und wehrlos fühlst Ich bin aber nicht wehrlos und ich gebe nicht auf Solange dieses untote Wesen kriecht, krieche ich mit Solange es kämpft, stehe ich ihm bei Vipolar, Puppetelt